Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, meine Mädels tragen die Strumpflose zum Dirndl zu den Volksfesten. Da ist sie nicht zu warm. Sehr angenehm zu tragen, sagen sie mir. Kann man wieder kaufen. Die Qualität ist gut. Hält auch aber einen härteren Umgang nicht aus. Die Mädels sind 8 Jahre alt. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.